Mensch, das ging auch flott. Sicher? Ja. Okay. Deine Texte sind auch nicht allzu maximal pigmentiert. Einmal starten, ist starten jetzt. Ja. Hit it. Mach schon wieder die Kampagne. Ja, hörten wir gerade schon. Aber, auf der Xbox konnte man in dem Heft lesen, was die Charaktere alle für eine Hintergrundgeschichte haben. Lass mich gerade. Ich komme aus dem Ghetto aus Brooklyn. Fängt das so an? Das Militär soll sich in Riverside halten. Wenn keiner einen besseren Plan hat, sollten wir dorthin. Aber hier Bill ist natürlich alter Vietnam-Veteran. Das war... Ist noch Schlagstock, wie jemand? Oh ja. Und du bist noch ein Medi-Pack, Leute, ne? Francis, also Rapcon ist ein Rocker. Du bist ein Rocker. Oh, das ist mein Medi-Pack. Start-Aim. Oh, wie der in die Bösche geflogen ist. Es ist so uncut. Richtig, Alter. Wie die geflogen sind, hey. Es blut die Arme abgetrennt. Sorry. Wie könnte das so cut spielen? Mist, die Brücke scheidet aus. Brücke. Oh. Ein Minus. Wir müssen runter, Leute. Wir müssen runter. I know. Wir müssen hier wieder hoch. Jo. Komm, geht's noch. Jetzt noch. Liegst du da rückst? Ich hab' glaube ich, Hilfe falsch und seid entschieden. AAAAAH! Hilfe! Okay, okay. Okay. Schlau' ich dich. Schlau' ich dich. Schlau' ich mich, schlau' ich mich, schlau' ich mich. Nein, ich muss noch raus. Sorry. AAAAAH! Hey, kommst du da hoch? Warum liest du denn jetzt? Was ist das denn? Das ist eine gute Antwort. Ich spüre's. Wie schlimm ist es? Ich glaube, ich hab' nicht schon weit schlimm. Das ist auch geil. Hehehe. Ja, weiter geht's. Ja, war doch, als wenn nichts gewesen ist, nein, einfach weiter. Das wäre nur das Schlau' ich hab' nichts gesehen. Nur weil ich schwarz bin im Dunkel. Deck mich mal. Oh, Alter. Das ist wie ein... ...SELF, echt. Ah, ich durf' nicht so, bis mich nicht sehen. Wenn ich das mach'? Röchtern hier. Hier, Fee. Ja, ich brauch' Ja, ich brauch' Oh, ne. Hier. So, Schatz. Ich schieß' hier und du löscht' da immer flexibel, rätst du. War' ich auch schon zuerst so. Aber ich hab' dich keinmal getroffen, ey. Aber ich hab' dich keinmal getroffen, ey. Ja, ich hab' schon dran. Für Granaten. Für Granaten. Für Granaten. Ich sag' hier, Battlefield kann es. Ja, hier. Ja, hier. Was? Ich sag's noch. Zum Teufel. Oh, schnitt'n Hunter! Hey, hör' auf damit! Das war Timing... ...perfekt. Krass bei uns. Da wird's einfach zu heiß, ne Ecke. Der Tunnel ist dicht! Pass auf! Hey, das ist echt nicht drin! Nicht auf Verbünde schießen. Upsi! Das muss bei dir im Dauerzustand angezeigt werden. Oh, Laser-Visier! Ich kann nicht lesen! Oh, ich auch nicht! Leute, das trifft sich! Leute, Laser-Visier! Warum gibt's hier Laser-Visier? Ja, warum nicht? Es ist Marika! Ja, für diese Waffe! Wow, leck! Ja, ihr habt grad ein bisschen erpustet. Wir sind gleich beim Safe-Room. Ja, nur Zero. Meine Pin geht schon wieder hoch. Ich muss noch einen Berg hoch. Oh, die geht wieder runter. Ich muss noch einen Berg hoch bekommen. Oh, Mist! Oder Boomer! Oh ja, habe ihn auch. Arig! Wie macht das denn? Was ist noch ein Hunter? Ich weiß noch, wenn ich will. Ja, ich sehe auch nichts! Ach, da oben! Gollum, der! Gollum, der! Lade nach! Ich schaff's noch! Jooooo! Pressen! Und alle wichtigen sind angekommen. Ich bin schon lange da. Ihr seht das noch nicht. Ich war schon lange da drin. Ich hab das noch nicht gesehen. Prima! Ja, das hilft doch gut! Easy! Oh, ich hab anscheinend auch ein paar Zombies getroffen. Zwischendurch! Kolateralschäden. Wahrscheinlich guckt mein Bruder hier ins Stream.